Was ist überhaupt so schwierig daran, die Idee, bedingungsloses Grundeinkommen zu verstehen? Ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, dass man nicht gewohnt ist, dass man sagt, man gibt Macht ab. Weil in Wirklichkeit bedeutet es das. Wenn nämlich das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt ist, dann haben zum Beispiel die Arbeitnehmer die Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe mit dem Arbeitgeber über ihre Arbeitssituation und über ihre Höhe des Geldes, was sie ihnen lohnt werden sollten, zu diskutieren. Und sie können Nein sagen, wenn ihnen die Arbeitsbedingungen oder auch die Bezahlung nicht reicht. Sie sind nicht angewiesen, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, weil das bedingungslose Grundeinkommen ja so gestaltet werden soll, dass es sozusagen Existenz- und Teilhabesichernd ist. Das heißt, ein bescheidenes Leben auch möglich sein soll, ohne dass man Erwerbsarbeit macht. Wenn das Grundeinkommen jetzt so eine gute Idee ist, warum gibt es dann so viele Widerstände? Was ist vielleicht das Problem? Wo klemmt das? Ja, ich glaube, es ist dieses seit vielen Jahren den meisten Menschen eingehämmertes Leistungsdenken. Dass man sagt, nur wenn man was leistet, kann man was bekommen. Dass man was geschenkt bekommt, ist sozusagen den meisten Menschen völlig absurd. Und wir meinen aber, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Einfach, weil ich Mensch bin, habe ich ein Recht zu existieren. Und jede Regierung hätte sozusagen die Aufgabe, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und bei der Budgeterstellung zunächst einmal auszurechnen, was brauche ich, um das zu finanzieren. Und alles Übrige vom Bruttoinlandsprodukt, da verwende ich dann für die anderen Politikfelder. Aber wenn ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle, kann ich es finanzieren. Und jeder kann einmal angstfrei leben, ohne Angst zu haben, dass er arbeitslos wird und so weiter. Das heißt, er hat die Möglichkeit, sein Leben selbst zu gestalten, wie er es für sinnvoll hält. Was glauben Sie, was es mit Grundeinkommen dann geben wird, was es heute noch überhaupt nicht gibt? Ich glaube, sehr viele sinnvolle Tätigkeiten, die sozusagen nicht marktfähig sind, weil sie keinen Gewinn einbringen, die aber trotzdem unter Umständen sinnvoller sind, als für die Gesundgesellschaft immer mehr zu produzieren, würden plötzlich kommen. Das könnten ganz einfache Dinge sein, die sozusagen das Lokale vor den Globalen stellen, also zum Beispiel regionale Wirtschaften für bestimmte Bioprodukte oder sonst etwas. Das kann für die Lebensmittel einfach gesünder sein, ist aber sozusagen unter Umständen nicht marktfähig. Aber wenn ich das Grundeinkommen habe, dann kann ich das trotzdem machen. Ich muss ja nicht daran verdienen, sondern es genügt, wenn ich also meinen Verdienst habe und zusätzlich etwas verdiene, indem ich da noch etwas mache. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich da gewinne mache. Also das ist ein Beispiel zum Beispiel. Was ist deine größte Hoffnung mit dem Basischen Income? Dass alle Bürgerinnen und Bürger in Polen verstehen, dass das Basische Income, das Universale Basische Income, eigentlich bedeutet das persönliche Freiheit. Was ist so schwierig, wenn man mit Menschen zu verstehen, was so schwierig ist? Die erste Reaktion ist, oh, das ist einfach wie Kommunismus. Jeder bekommt 1.000 Zlotych und das ist es. Und das zweite ist, dass jeder einfach nur zu trinken kann. Das ist sehr superfisch, sehr superfisch. Aber du denkst dir das? Du denkst dir, dass jeder einfach nur zu trinken kann? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Grundsache des Menschen, das ist, dass die Mehrheit der Menschen zu verbessern, dass sie sich selbst verbessern und zu arbeiten. Was glaube ich, dass es möglich ist, wenn wir ein Basischen Income haben, was wir nicht heute haben? In den Postkommunischen Gesellschaften, ich glaube, sehr wichtig ist die Idee, die Sprache der Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft ist das, was wirklich machte die Gesellschaft lebendbar, was macht die Gesellschaft riecht. Und die Postkommunischen Gesellschaften haben wirklich nicht den Zivilgesellschaften, das Volontärarbeit, die Arbeit für höhere Ideen. Und ich glaube, dass mit der Universelen Basischen Income das kann man tun. Viele Leute sprechen über die Struggle für die Basischen Income. Was denkst du, wer ist der größte Enem von der Basischen Income? Inaktivität der Zivilgesellschaft, das ist der Grund. Und zweitens, alle Bürokraten, die die Zivilgesellschaft verwendet werden. Vielen Dank. Was ist deine größte Hoffnung mit der Basischen Income? Meine größte Hoffnung ist, dass die Menschen mit der Basischen Income die Leben anders vorstellen können. Sie können sich vorstellen, ob sie arbeiten für diese schreckliche Unternehmen, oder für die Banken, oder für schlechte Businessen. Sie haben die Möglichkeit, zu wählen, ob sie das machen wollen oder nicht. Oder ob sie arbeiten für ihre Eltern, für ihre Eltern, für ihre Eltern. Das machen sie sinnvolle Dinge. Das ist die größte Hoffnung, die ich in der Basischen Income sehe. Was glauben Sie denn, was es dann geben wird mit Grundeinkommen, was wir heute noch nicht haben? Dann besteht einfach die Möglichkeit, dass in vielen Bereichen die Kreativität viel stärker umgesetzt werden kann, die Ideen umgesetzt werden können, die die Menschen haben. Heute arbeiten vermutlich ganz viele in Bereichen, die gar nicht ihren tatsächlichen Fähigkeiten entsprechen, weil sie ihre Existenz sichern müssen. Und dadurch würde dann ganz viel Potenzial freigesetzt werden, um in ganz vielen anderen Bereichen wirklich unsere Gesellschaft insgesamt weiterzuentwickeln. Was ist deine größte Hoffnung mit Basischen Income? Meine größte Hoffnung ist nicht mehr, dass ich mich mehr über meine Renten oder meine Workshops, die ich machen möchte, oder alles, was ich nachdenken möchte. Nicht zu fragen, ob ich das was, was ich möchte, oder ob ich das was, was ich mit dem Geld habe, mit dem Geld in der Hand habe. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. In meinem Leben, wie ich, Basischen Income ist nur ein Schritt. Ein Schritt nach einer Gesellschaft mit wenig oder kein Erfahrung von Schmerzen. Das bedeutet, dass wir keine Schmerzen haben. Das bedeutet, dass wir nicht mehr Schmerzen haben. Das bedeutet, dass wir nicht mehr Schmerzen haben. Und ich hoffe, dass in meinem Leben, die Basischen Income ist einer der ersten Schritt für diese Gesellschaft. Das ist eine große Zeit. Also, in der Gesellschaft als ein whole und Organisation und Struktur, was ist möglich, was wir nicht heute haben? Was ist möglich mit Basischen Income, was wir nicht heute haben? um people saying like people having more freedom of like a better choice of what they want to do and what they don't want to do you know for whom they want to work and for whom they don't want to work what they want to take part in and what they don't want to take part in you know right now we have to like if there's a big guy or girl that has lots of money and tells me look you're going to sing for me if I pay you that money I'm like yeah okay I'm coming even though you know you make children work for you in the east or whatever but if I had you know an income that doesn't depend on people being you know people giving it to me I could say no I don't want to work with you you do this in this net you know I don't want to buy a product because this is crap you know or the way you created is crap you talk about many positive things are there any negative are there any fears anything we are anything we should be afraid of when talking about basic income we should be cautious about certain things I think for instance how to implement it because right now people like people are used to just do stuff because they have to do it you know we get pushed to school we get pushed to kindergarten we we get to we we are made to do things all through our life so when we become adults we're used to you know okay somebody's gonna push me somebody is going to make me do things now if that like suddenly stops people will be like oh shit what am I gonna do you know oh I just go on vacation for the next six months they do that for six months and then they'll be like oh god vacation is so boring all the time you know only vacation but like that time period I think we just have to be cautious how to implement it you know and maybe not implement it the same way in all the regions but like let people be part of the decision how to implement it where and now last question something they may want to pull their money collectively to do something for the you know for the community or they may want to just spend it themselves I mean it yeah it doesn't need to be like that I mean I think just so following on from a point you made it's almost like with it with the way things are going at the moment it's like we have everything backwards we think money is limited we think money is limited but resources are unlimited that's how we use the world whereas in fact it's the opposite okay because of course people made up money okay so if it's something that comes from our heads then it's unlimited yeah so if we sort of you know if we use money for the things that we actually need it for we don't have to wait for you know some bank to say yes or some government to say yes or whatever okay if we have the money for ourselves then you know we then then communities can collectively make decisions for themselves also all right and last question personally what would you do both of you with the basic income pretty much what I do right now already I would write my songs and go sing them with the band that I'm in and oh and I would travel I would definitely travel like maybe spend some month like three months a year outside of Germany just to learn other languages to get to know other cultures because that um pushed me forward in my like in my development throughout my life which I can't do it right now because I'm getting very little money um yeah I'd have more freedom to travel and to discover things and to learn new things that's what I do and what about you I would not do the job I'm doing at the moment which is I'm a benefits advisor in in the UK in London um because I mean that's the thing it would be as hopefully a simple system so people wouldn't have to they wouldn't need my services for that and so then I could write the novel that I'm sitting on I could do the research that I'm working on I could do the I could do the volunteer work and raise my kid without having to worry about things was ist die größte Hoffnung die sich mit dem Grundeinkommen verbindet die Frage ist ja letztlich die nach dem Menschenbild und haben wir vor dem Menschen Angst oder nicht haben wir Angst dass alles zusammenbricht wenn keiner mehr arbeiten muss sondern nur noch arbeiten darf was wird mit Grundeinkommen möglich was heute noch gar nicht gibt ich würde sagen insgesamt eine viel freier Gesellschaft dass jeder für sich entscheiden kann was er tun will und sich so einbringen kann also ich glaube auch dass dann der Arbeitsmarkt wieder funktionieren kann und die Löhne sich entsprechend einpendeln können und wir insgesamt halten solidarische Gesellschaft kriegen statt der heute überwiegenden neidgesellschaft ich glaube das bedingungslose Grundeinkommen ist der Start einer sehr großen gesellschaftlichen Veränderung was going to be possible with basic income what we don't have today well actually we don't know but I think we have to try and we have to try really hard because constantly there are more more and more news news articles about computers taking our jobs and that's a good thing because who wants to do those jobs anyways so we should all ask ourselves what's gonna happen in 2020 or 2030 when most of our jobs becomes computerized so whose power those people doing those jobs today how are they going to survive and should we prepare for that should we should we seek new options that's that's what I'm thinking about and that's what I think this is good idea what's the biggest problem when when talking about basic income fear fear of unknown there are there are all kind of opinions good ones bad ones really there's a lot of unknowns about basic income and we should all educate ourselves and the people opinions thank you very much